Flamore Schalia, Fokusstrategie. Wir haben den Freitag, den 8. April 2022. Es geht weiter mit der vierten Volksrechte. Und zwar, wenn man die Playlist vorwärts geht, sieht man im 5. Mai, dass ich das 4. Mai schon gemacht habe. Man sieht, dass es anders aussieht. Also wenn man das 4.1 oder 4.2 kann es nicht mehr genau gleich schreiben. Und ich erkläre es dann in den nächsten Videos, dass ich das 4.1 verloren habe aus dem Grund. Dann hätten wir jetzt noch die Nachhärten Kapitel gesehen. 4.1 Stimmrecht. Artikel 55. Absatz 1. Das Stimmrecht in kantonalen Angelegenheiten steht allen Schweizer Bürgerinnen und Schweizer Bürgern zu, die im Kanton wohnen und das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Absatz 2. Das Gesetz regelt das Stimmrecht der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie den Ausschluss vom Stimmrecht wegen Unmündigkeit und Urteilsunfähigkeit. 4.2 Wahlen. Artikel 56. Absatz 1. Das Volk wählt A. Den Grossen Rat. B. Den Regierungsrat. C. Die bernischen Mitglieder des Nationalrates. D. Die bernischen Mitglieder des Ständerates. Absatz 2. Die bernischen Mitglieder des Ständerates werden gleichzeitig mit dem Nationalrat und für dieselbe Amtsdauer gewählt. Es gilt das Mehrheitswahlverfahren. Ausserordentliche Gesamterneuerung. Artikel 57. Absatz 1. 30.000 Stimmberechtigte können jederzeit die Gesamterneuerung des Grossen Rates oder des Regierungsrates verlangen. Die neu gewählte Behörde beendet die Amtsdauer der abtretenden Behörde. Absatz 2. Das Begehren ist in drei Monaten nach Einreichung der Volksabstimmung zu unterbreiten. Stimmt das Volk zu, so sind unverzüglich Neuwahlen anzuordnen. 4.3 Initiativen. Anwendungsbereich. Artikel 58. Absatz 1. Mit einer Initiative kann das Begehren gestellt werden auf A Total- oder Teilrevision der Verfassung, B Erlass, Aufhebung oder Änderung eines Gesetzes, C Kündigung oder Aufnahme von Verhandlungen über Abschluss oder Änderung eines interkantonalen oder internationalen Vertrags, so weiter der Volksabstimmung untersteht, sowie auf D Ausarbeitung eines Grossratsbeschlusses, welcher der Volksabstimmung untersteht. Absatz 2. Eine Initiative ist zustande gekommen, wenn innerhalb sechs Monaten 15.000 Stimmberechtigte das Begehren unterzeichnen. Für das Begehren und Totalrevision der Verfassung sind 30.000 Unterschriften notwendig. Absatz 3. Eine Initiative kann die Form der einfachen Anregung oder, sofern sie nicht die Totalrevision der Verfassung oder die Ausarbeitung eines Grossratsbeschlusses verlangt, die Form des ausgearbeiteten Entwurfes aufweisen. Verfahren, Artikel 59. Also hier, 4.2, das ist Wahlen und dann kommt nochmal hier, Wahlen, Artikel 56 als Sondertitel. Aber gut. Also Verfahren, Artikel 59. Absatz 1. Der Regierungsrat beurteilt das Zustandekommen und der Grosse Rat die Gültigkeit von Initiativen. Absatz 2. Initiativen sind ganz oder teilweise ungültig zu erklären, wenn sie a. gegenübergeordnetes Recht verstossen, b. und durchführbar sind, c. die Einheit der Form oder der Materie nicht wahren. Absatz 3. Bei einfachen Anregungen bestimmt der Grosse Rat abschliessend darüber, in welcher Rechtsform die Vorlage ausgearbeitet werden soll. Absatz 4. Initiativen sind ohne Verzug zu behandeln. Gegenvorschlag, Artikel 60. Absatz 1. Der Grosse Rat kann sowohl einer ausformulierten Initiative wie auch einer Vorlage, die er aufgrund einer Initiative in der Form der einfachen Anregung ausformuliert hat, einen Gegenvorschlag gegenüberstellen. Absatz 2. Die Abstimmung über die Initiative und den Gegenvorschlag findet gleichzeitig statt. Die Stimmberechtigten können gültig beiden Vorlagen zustimmen und darüber befinden, welcher sie im Falle der Annahme beider Vorlagen den Vorzug geben würden. 4. 4. Volksabstimmungen Obligatorische Volksabstimmungen Artikel 61 Absatz 1. Obligatorisch unterliegen der Volksabstimmungen a. Verfassungsrevisionen b. Initiativen, denen der Grosse Rat nicht zustimmt oder denen er einen Gegenvorschlag gegenüberstellt. c. Interkantonale und internationale Verträge, die mit der Verfassung nicht vereinbar sind. d. Änderungen des Kantonsgebietes, ausgenommen Grenzkorrekturen. Absatz 2. Vorlagen, die der fakultativen Volksabstimmung unterliegen, werden der obligatorischen Volksabstimmung unterstellt, wenn 100 Mitglieder des Grossen Rates es verlangen. Fakultative Volksabstimmung Artikel 62 Absatz 1. Ferner unterliegen der Volksabstimmung, wenn das Referendum zustande gekommen ist a. Gesetze b. Interkantonale und internationale Verträge, die einen Gegenstand zum Inhalt haben, welcher im Kanton der fakultativen Volksabstimmung untersteht. c. Ausgabenbeschlüsse des Grossen Rates, sofern sie einmalige Ausgaben über 2 Millionen Franken oder wiederkehrende Ausgaben über 400.000 Franken betreffen. d. Konzessionsbeschlüsse des Grossen Rates, e. Grundsatzbeschlüsse des Grossen Rates, f. weitere Sachbeschlüsse des Grossen Rates, wenn das Gesetz es vorschreibt, sowie wenn der Grosse Rat oder 70 seiner Mitglieder es verlangen. 2. Nicht-Referendumsfähig sind Wahlen, Justizgeschäfte, der Geschäftsbericht und der Voranschlag. Absatz 2 Das Referendum ist zustande gekommen, wenn in drei Monaten seit Publikation der Vorlage 10.000 Stimmberechtigte die Volksabstimmung über den Gegenstand verlangen. Verfahren Artikel 63 Absatz 1 Eine Abstimmungsvorlage ist angenommen, wenn sie die Mehrheit der im Kanton gültig abgegebenen Stimmen erhalten hat. Absatz 2 Der Grosser Rat kann in einer Vorlage, die der Volksabstimmung untersteht, einen Eventualantrag stellen. Findet die Volksabstimmung statt, so ist neben der Hauptvorlage auch der Eventualantrag den Stimmberechtigten zu unterbreiten. Findet keine Volksabstimmung statt, so fällt der Eventualantrag dahin. Absatz 3 Stellt der Grosser Rat keinen Eventualantrag, können 10.000 Stimmberechtigte in drei Monaten seit Publikation eines Gesetzes oder eines Grundsatzbeschlusses einen Volksvorschlag einreichen. Dieser gilt als Referendum. Absatz 4 Bei Eventualanträgen und Volksvorschlägen findet das gleiche Abstimmungsverfahren wie bei einem Gegenvorschlag zu einer Initiative Anwendung. 4.5 Mitwirkung Vernehmlassungen Artikel 64 Absatz 1 Das Recht im Rahmen von Vernehmlassungen zu Verfassungs- und Gesetzesentwürfen sowie zu weiteren Vorhaben von allgemeiner Tragweite Stellung zu nehmen, steht allen offen. Absatz 2 Die Stellungnahmen sind öffentlich zugänglich. Politische Parteien Artikel 65 Absatz 1 Die politischen Parteien wirken bei der Meinungs- und Willensbildung mit. Absatz 2 Kanton und Gemeinden können sie in dieser Aufgabe unterstützen. Absatz 2 Absatz 2 Absatz 3 Absatz 3 Absatz 3 Absatz 4 Absatz 3 Absatz 4 Absatz 4 Absatz 4 Vielen Dank.